So, weiter geht's. Genau, ähm... Klickt auf das Zauber-Symbol unten im Journal, um die Registerkarte Magie zu öffnen. Alles klar, genau. Wir waren bei den Zaubern stehen geblieben. So, Feuerball, okay. So, warte, 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 warte! Na, jetzt kommt! Eure Magie ist niedrig und eventuell gelingen euch keine Zaubersprüche mehr. Die Magie erneuert sich langsam von selbst. Ihr könnt aber auch nachhelfen, indem ihr Tränke stuckt oder schlaft. Der blaue Balken unten links zeigt eure aktuelle Magie an. Okay. Okay, okay. Ist das erst halb voll, was hast du denn? So, was bringt mir das, ähm... Schaden-Ausdauer? Nööööööööööööööööööööööööö! Irgendwas, äh, Sachen mit Schaden wollen wir nicht. Eisenpfeil, Eisenbogen, so, das wird mitgenommen. Das, das und das. Dafür gebe ich das und das. Sonst noch was? Nee, okay. So. Okay, und die Hose? Ach, kannst du gar nicht, oder wie? So, und jetzt noch mal die Sandalen drauf. Okay. So. Ähm, lach hier hinten noch irgendwas? Nee. Gut, Knut. Hier noch irgendwas? Nee. So, du tot, du tot. Peace! Dankeschön. So, hat er noch irgendwas bei dir? Nö, okay. So, na, hier noch irgendwas? Nö, okay. So, hier? Nö, okay. So. Ha! Au! Hallo! Geht's dir noch ganz sauber, oder was? Okay. So, zack, zack, und zack, nehmen wir alles mal mit. Einfach mal so, just for fun. So. War hier hinten noch irgendwie... Eine Ratte! Habe ich dich doch gerade aus dem Augenwinkel gesehen. So, dala. Äh, hab ich da schon in die Kiste reingeguckt, ja. Alzheimer lässt grüßen. So, dut, 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 dut. Guten Tag, meine Herren! Meine Treffsicherheit ist ja auch mal wieder ganz bombastisch. Wie sieht's denn mit meiner Tragfähigkeit aus? Ich bin 80 gerade mal. Boah, ne, mal mit, können wir verkaufen. Das, äh, können wir auch verkaufen, weil... Weil... Einweilen Helm trage ich in Oblivion so gut wie nie. Ja, grüß dich! Hi! Ist klar. Oh, Entschuldigung. Hi! So, das war's auch mit dir. Hier noch jemand? Hallöchen? Hallo? Nicht. Okay. So, genau. Hier an der Seite lag ein Säckchen. Deswegen hab ich hier jetzt auch so... akribisch in die Ecken reingeguckt. Guten Tag! Na, eigentlich hab ich mal getroffen. Dunkelbier, so, ähm, Entzug, Rennskraft, Ausdauer wiederherstellen. Aha, okay. So, ja, komm, nimm mal mit. Noch hab ich Tragfähigkeit. Noch. So. Und dann mal hier vor. So, war das hier mit Schleichen, oder wie? Seh ich das? So, wuck dich, schwuck dich. Ich fang schon an wie krunk. Okay, gezählt noch eins. Ja, grüß dich, hi! Okay. Das mit dem Goblin kommt erst später. Ihr könnt den Gegenständen und Zaubersprüchen aus eurem Journal Schnelltasten zuweisen, indem ihr an der Zahlentaste gedrückt haltet. Okay, mehr muss ich gar nicht wissen. So, oh, huch. Ah, nee. Dazu muss ich erst mal das Menü aufmachen, so, und jetzt... Äh... Feuerball auf die 1, nordischer... Nein! Feuerball auf die 1. Nordischer Frost auf die 2. Gut. So, zack. 1, 2, 1. Dass ihr das halt nur mal gesehen habt. So, was haben wir denn hier? Hunsrude. Ihr findet nichts Nützliches. Immer noch nicht. Danke. Und was kann die jetzt, die... Die Hunsrude, was kann die jetzt? Fragezeichen. Schaden Lebensenergie. Aha, okay. Kann man ja trotzdem noch mal für die Alchemie aufheben. Ihr erntet mit Erfolg Ruth des Steinfelses. Lebensenergie wiederherstellen. Okay, okay, okay. So. Lass mich mal aufs Ührchen schauen. Na, 8 Minütchen hab ich noch. So, und ich werde jetzt erst mal kurz... Saifen. So, wupp dich, schwupp dich. Gut. Ich fang schon an wie der Kronk. Das, das, das... Ah, ne. Das ist jetzt auch nur ein Geldwert, das hier ist gar nichts wert. Also, lassen wir das auch hier. Der Goblin davon hat euch noch nicht erspielt. Entschuldigung, ähm... Vielleicht könnt ihr an ihm vorbeischleichen. Um den Schleichmodus einzuschalten, drücken sie linke Steuerung. Okay. Ihr seht, dass das Fadenkreuz zu einem Auge wird, wenn ihr schleicht. Wenn das Auge dunkel erscheint, kann euch niemand sehen. Je heller es wird, desto näher seid ihr daran, entdeckt zu werden. Alles klaro. So, warte, 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 warte. Wo, wo schleicht denn der jetzt hin? Fragezahlen. Und da hat er mich auch schon entdeckt. Ja, ne, ist klar. Ja, ihr seht, ähm... Entschleichen bin ich wirklich ein Profi. Muss man mal gesagt haben. Ich bin so ein Profi, ey. Ihr habt einen Mörser und Stößel gefunden. Rüstet euch damit aus. Um Tränke oder Gifte aus Zutaten mit ähnlichen Wirkungen herzustellen. Eure Alchemiefertigkeit macht eure Mixturen noch stärker. Okay. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Wie sieht es mit meiner Tragfähigkeit aus? So muss ich mal ab und zu mal danach schauen. So, was willst du? Du bist wieder mit Schadenaustauer. Das möchte ich nicht. Ja, und hier haben wir wieder mein Lieblingsthema. Schlösser knacken, was ich wirklich nicht kann. Ja, okay. Beim ersten Mal hat es jetzt geklappt. Mein Gott, ey. Trotzdem. Ich kann es trotzdem nicht. Bin so doof dafür. So. Zieh mal dein Schwärdchen. Ja, zu dumm, wenn man in seine eigene Falle reinrennt. Ätzi-Bäti. So, ich dachte, wir wären noch ein Kistchen hier oben. Naja. So, gibt es hier noch irgendwas? Eine Kistchen. Da. Dietrich. Dietrich kann man immer gebrauchen. So. Jetzt lässt du mal schön geduckt bleiben. Unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Drückst du die Leertaste? Seid ihr tot? Ja. Wunderbar. Geh mal runter. Was ist das hier von Goblins? Könnt ihr euch ja auch mal ab und zu mal hier Dietrich holen. Die haben meistens Dietrich dabei. Rostiges Eisenkotschwert. Habe ich da schon dabei? Nö. Okay. Neh mal mit. So. 133 von 52. Okay. Muss ich da ab und zu mal danach schauen. So. Du auf. Ja, bis jetzt ist das Schlösserknacken eigentlich recht einfach. Außer wiederherstellen. Lebensenergie wiederherstellen. Aber ich kann euch sagen, ich kann das nicht wirklich, das Schlösserknacken. Ich kann es einfach nicht. Entschuldigung. So. Einmal safen, bitte. Ich kann das nicht wirklich. Um das mal ganz ehrlich zu sagen. Guten Tag, mein Freund. Moment. So. Jetzt hast du überall alle Gegners ausgeschaltet. Guten Tag. So. Adios. Sein Stand dieser Boss-Goblin. Ja, ne. Ist klar, Kollege. Du mich auch. So. So. Sein Stärke. Ein Rubin. Ja, kann man ja alles verheizen. Ist ja jetzt nicht das Thema. Der hatte noch irgendwie einen Schamanenstab bei sich. Wo ist denn der jetzt hin? Habe ich den schon aufgenommen? Ne. Hä? Hä? Ach, Goblin. Hexe war das. Knochen. Ähä. Okay. Ja, ne. Ist klar. Komm her. Mach's gut. Wo war denn jetzt dieser scheiß Schamanenstab, weh? Fragezeichen. Warte. 18 Gold. Knete kann man auch gut gebrauchen jetzt ganz zu Anfang. Reparaturhammer. Silberwase. Unreiner Rubier. Nenne ich noch mit. Ihr habt einen Reparaturhammer gefunden. Rüstet euch damit aus, um mit Hilfe eurer Waffenschmiedfertigkeit eure Waffen und Rüstung zu reparieren. Beschädigte Waffen und Rüstung sind weniger wirksam. Es ist also angeraten, sie stets in gutem Zustand zu halten. Okay. Ach so, da ist es schon reingeguckt. Alzheimer lässt grüßen. So, wo war jetzt dieser scheiß Goblin-Schamanenstab, Fragezeichen? Was ist denn das? Eis an der Streitkaube. Brauch ich nicht. Au. So, tue auf. Ich will diesen Goblin-Schamanenstab haben. Gott, verdammt nochmal. Wo ist denn der, verdammt nochmal? Hallo? Da liegt er nicht. Okay. Äh. Ja. Wo wurde ich denn dieser Kack-Schamanenstab? Ey. Ich kriege einen Hass. Mal so weit hin, da wird er nicht geflogen sein. Ich gucke jetzt erstmal hier in die Kistchen rein. Lass mich mal schauen. Was ist denn da drin? Dummelbier? Ähm. Ja. Da haben wir erstmal vier davon. Hä? Wo liegt dieser scheiß Schamanenstab? Ich will den haben. Entschuldigung, dass ich euch da jetzt ein bisschen damit nerve, aber ich will den haben. Was ist denn das? Eis an der Dolch mitnehmen? Hallo, ey, Sammer. Hackt's bei euch ein bisschen, oder was? Der kann nämlich hier, ähm, bei den Gegnern ordentlich Damage verursachen. Deswegen will ich den haben. Wo ist dieser scheiß Schamanenstab? Verdammt nochmal. Sag mal, bin ich plond oder bin ich blöd? Springen, bitte. Danke. Oh, da renne ich hier schon fünfmal neben vorbei. Ich will den haben. Hatte ich das schon mal erwähnt? Was ist das? Ey, das kann's doch nicht sein. that chair! Was ist das? Tschüss. los das